ja wir sind jetzt am bahnhof und fahren jetzt nach düsseldorf und dann geht es gleich ab nach paris da hinten ist meine schwester sie betet sogar für uns und arminia bielefeld spielt jetzt bis später ja wie man hören kann sind wir jetzt in frankreich in paris unser flug hat anderthalb stunden verspätung wir sind durch halben flughafen von paris gelaufen kann ich niemanden empfehlen aber jetzt kriegen unser flug wir sind genau fünf minuten vor geld closet angekommen euer pampi so so Frühstück ist das Wichtigste am Tag. Zeig die Mama nochmal. Frühstück ist das Wichtigste am Tag. Die Sonne drauf. Wolken. Wolken und Berge. Und Landung. Drei, drei, drei. Gut. Wuuu. 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 Was? Natürlich, ne? Wuuu. 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 Ja, das ist jetzt das Abschlussvideo, meines ersten Videos unserer Ankunft. Fotos von den ersten Tagen und so kommen, hier nochmal mein wunderschönes Tellet, total schaden, aber hier in Chile kann man das schnell reparieren, leicht und 20 Euro kostet das wohl nur so, hier sieht man das richtig heftig, ja, viel schlimmer, unsere Koffer sind nicht da, ich habe so richtig dirty Klamotten erstmal und dann haben wir jetzt in Schädigung solche Bags bekommen, also meine Frau und ich jeweils, so Duschlotionen, Haarkammer, Zahnbürste, Rasierer, mit zwei Wochen brauche ich mir erstmal keinen Rasierer kaufen, das ist schon mal gut, Seife und ein T-Shirt, darauf bin ich gespannt, ob das T-Shirt ist, welche Größe das hat, ich bin ja schon nicht der Dünnste, ne? Ja, wie entschädigend. Dieses T-Shirt wird mir glaube ich niemals passen. Doch, vielleicht. Vielleicht, aber es wird eng. Ja egal, wir kriegen morgen unsere Koffer und ich halte euch auf dem Laufenden und ja, wir werden jetzt unseren ersten Tag genießen, es ist jetzt gerade 11.11 Uhr, wir sind gestern um wieviel Uhr losgeflogen? Losgefahren sind wir um 16 Uhr mit dem Auto zum Warnhof und so weiter. Ja, aber in Deutschland ist es jetzt 17 Uhr. Ja, in Deutschland ist es jetzt 17 Uhr, also so diese Differenz, hier ist es 11 Uhr, bei euch ist es 17 Uhr. Ja, das Video wird direkt hochgeladen, bis gleich. Ja, das Video wird direkt hochgeladen, bis gleich. Vielen Dank.